Moin Leute, ich bin der Norm und ich helfe hauptsächlich Leuten, ihren PC richtig einzustellen und mache jetzt mal ein kleines Video darüber, was ich so sehe, was die meisten Leute nicht richtig eingestellt haben. Fangen wir da zuerst mal mit der kleinsten Sache an, und zwar mit den Standard-Apps. Und zwar sehe ich, dass viele ihren Standard-Browser immer noch auf Edge haben, aber wenn ihr zum Beispiel Chrome, Opera, Firefox, was auch immer habt, geht ihr einfach hier auf den Web-Browser, dann macht ihr hier trotzdem wechseln und dann habt ihr jetzt standardmäßig den Chrome ausgerüstet. Das heißt, wenn irgendwer von irgendeinem Programm sich für den Internet-Browser öffnet, wird immer Chrome genutzt werden. Das kann man auch hier mit den Standard-Apps nach Dateityp machen. Da gibt es jetzt wirklich für alle Endungen, für PDF-Dateien, für Text-Dateien, für Bild-Dateien. Falls ihr euch gewundert habt, wie das geht, hier einfach alphabetisch. Hier sind alle Dateinamen und die Programme, mit denen es öffnet. Nur, dass ihr das schon mal so als kleinen Tipp habt. Dann zu den Basic-Einstellungen. Meine Lieblings-Einstellung ist der Spiel-Modus. Der ist bei manchen ausgeschaltet, macht ihn auf jeden Fall ein. Dann, wenn ihr eine NVIDIA-Grafikkarte habt, geht bei Grafikeinstellungen hier auf Hardware-Beschleunigung, GPU-Planung und aktiviert das auf jeden Fall. Dann, wenn ihr wollt, könnt ihr euer Spiel auch noch hier auswählen. Zum Beispiel bei Fortnite ist es so, wenn ihr Fortnite installiert hier auf dieser PC, dann auf die Festplatte, wo ihr Fortnite habt. Wenn ihr es nicht mal wisst, dann müsst ihr ein bisschen gucken. In der Regel auf C, Programme, Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64 und dann hier Fortnite, Win64 Shipping. Da drauf, Doppelklick. Und dann könnt ihr hier, wenn ihr einstellt, hohe Leistung, gegebenenfalls noch ein bisschen mehr Leistung rausholen. So, das machen wir einmal so. Jetzt haben wir hier soweit alles eingestellt. Wenn ihr eine AMD-Grafikkarte habt, dann habt ihr da oben nichts. Dann machen wir jetzt als erstes mal für die AMD-Grafikkarten-Nutzern unter euch oder generell, wenn ihr eine AMD-Grafikkarte oder Prozessor habt, dann geht ihr auf die AMD-Website. Sehr, mal gucke ich es akzeptieren. Und dann geht ihr auf Treiber und Support. Egal, ob ihr eine Grafikkarte, Grafikkarte und Prozessor, nur Prozessor von AMD habt, drückt ihr auf Jetzt herunterladen. Dann lädt ihr hier ein Tool herunter, das öffnet ihr. Jetzt installieren. Und danach kommt ein Fenster, was sich dann alle Chipsatz-Treiber, die benötigt werden und Energiesparpläne runterlädt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich, weil ihr es dann nicht selber rauskommen müsst und dann nicht irgendwie rumsuchen müsst, sondern das Programm installiert alles für euch. Also für AMD-User auf jeden Fall sehr, sehr einfach. Und nachdem ihr es installiert habt, da kommt auch dann Neustart, macht ihr den und dann wählt ihr als AMD-User, wenn ihr ein AMD der Tausender, Zweitausender oder Dreitausender-Generation habt beim Prozessoren, AMD Ryzen Balance oder AMD Ryzen High Performance aus. Als Intel-User geht ihr hier auf Ausbalanciert oder Höchstleistung. Ultimative Leistung, davon kann ich ihr abraten. Da hatte ich immer mal ein paar Bugs mitbekommen. Bleibt lieber bei den beiden. Energiesparmodus, der ist auf jeden Fall hinderlich für die Performance. Das kann auf jeden Fall ein bisschen Leistung kosten. Deswegen bleibt bei Ausbalanciert oder, wenn ihr möchtet, Höchstleistung. Dann für die NVIDIA-User unter euch gibt es ein ganz einfaches Tool, womit ihr Treiber neu installieren könnt oder auch auf alte Treiber zurück könnt. Und zwar heißt es NVCleanStall. Das ladet ihr am besten bei der Seite TechPowerUp runter. Dazu geht ihr einfach auf Download, dann ladet ihr es runter. Dann auf die Deutschland-Flagge. Ich habe das in dem Fall hier schon gemacht. Downloads und öffne es einfach mal. Öffnet sich hier NVCleanStall. Das ist ein ganz einfaches Fenster. Aktuell gibt es zum Beispiel ein Problem mit dem neuesten Treiber. Und zwar mit dem 465.89er Treiber. Der ist für Fortnite richtig schlecht. Also bei Fortnite, bei Valorant, bei Call of Duty, Cold War haben wir die Leute schon über krasse, krasse Probleme berichtet. Deswegen geht auf diese Version zurück. Da hat es danach immer wieder funktioniert. Hier könnt ihr generell, wenn irgendjemand euch sagt, ein Treiber ist besonders gut für irgendwas, könnt ihr ja gerne ausprobieren. Hier habt ihr die Option, einfach einen Treiber auszuwählen. Die sind alle kompatibel mit eurer Grafikkarte. Das heißt, ihr könnt ja gar nichts richtig falsch machen. Klickt einfach auf die Version, die ihr haben wollt. In meinem Fall jetzt einfach eine mit davor, weil die funktioniert. Und dann auf Next. Dann habt ihr hier Auswahlmöglichkeiten, was zu installieren. Ich gehe hier immer auf Recommended. Und danach, wenn ihr wollt, wenn ihr mit GeForce Experience klippen wollt, dann drückt ihr hier auf GeForce Experience und Shadowplay. Weil das braucht ihr, damit die Klippen funktioniert mit GeForce Experience. Also mit dem Alt Z, dass ihr dann dieses Overlay habt. Dann drückt ihr auf Next. Ja. Und dann werden die ganzen Sachen, die benötigt werden für GeForce Experience, mit runtergeladen. Ich brauche es jetzt nicht, deswegen drücke ich nur auf Recommended. Und drücke hier schon mal auf Next. Dann wird hier alles runtergeladen und soweit vorbereitet. Was jetzt aber häufiger ein Bug ist, dass GeForce Experience nicht funktioniert, nachdem man den Treiber hier installiert hat. Deswegen als Tipp, ihr könnt, wenn ihr bei GeForce Experience oben rechts auf das Zahnrad drückt, in den Einstellungen, die experimentellen Funktionen erlauben. Wenn ihr den Haken setzt, wird es neu runtergeladen und startet sich neu. In der Regel geht es dann wieder. Wenn ihr immer noch Probleme mit GeForce Experience haben solltet, dann müsst ihr es halt nochmal neu runterladen auf der Website von Nvidia. Einfach hier rauf gehen, herunterladen. Ihr müsst das alte nicht deinstallieren, einfach drüber installieren. Und dann funktioniert das auch wieder. Ihr müsst euch gegebenenfalls halt neu wieder einloggen. Und dann ist Klippen wieder gar kein Problem. So. Hier wählt ihr dann aus die Einstellungen, die ersten beiden. Achtung, euer PC kann sich neu starten, wenn ihr diese Option hier drin lasst. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Aber in der Regel lasse ich die immer drin, weil wenn ich einen Treiber neu installiere, die Spiele muss man sowieso schließen oder sollte man sowieso schließen, weil die dann meistens eh weg crashen. Deswegen macht am besten auch alles zu, wenn ihr die Installation macht. Zumindest ab diesem Schritt macht alles zu. Hier, wenn ihr diese Option wählt für Perform Clean Installation, wenn ihr hier in der NVIDIA Systemsteuerung Einstellungen gemacht habt. Zum Beispiel hier gerade 3D-Einstellungen werden ja häufig geändert. Da gibt es ja so Sachen wie Energieverwaltungsmodus. Den kann man auf maximale Leistung setzen. Dann hier unten Texturfilterung, Qualität. Den kann man auf hohe Leistung setzen für noch ein bisschen mehr Performance. Oder hier unten gibt es auch noch welche, die häufig gemacht werden. Hier zum Beispiel ist dann, was man denn hier, bestimmte Konfigurationen auswählt. Wenn ihr hier irgendwas eingestellt habt und ihr wählt jetzt hier aus Perform Clean Installation, dann sind diese Einstellungen alle weg. Wenn ihr hier drauf klickt, wenn ihr den Haken nicht reinmacht, dann sollte in der Regel alles, was ihr hier gemacht habt, erhalten bleiben. Wenn ihr hier aber zum Beispiel für bezahlt habt, für einen Tweaker oder sowas, und es läuft damit wirklich gut, dann guckt euch vorher die ganzen Settings nochmal an und guckt auch wirklich, dass es alles so weit passt, wie es hier eingestellt wurde und dass ihr das alles noch drin habt. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt und zwar G-Sync. Gerade bei so Spielen wie Fortnite fühlt sich G-Sync an und aus ganz, ganz verschieden an. Wenn ihr G-Sync aktiviert habt und ihr habt zum Beispiel einen 144-Hertz-Monitor, dann sollten eure FPS auch auf 144-FPS gekappt sein. Wenn ihr auf 165-FPS spielt mit einem 144-Hertz-G-Sync-Monitor und ihr habt es aktiviert, dann ist G-Sync sowieso nicht aktiv. G-Sync funktioniert nur dann, wenn eure Monitor-Refresh-Rate und eure FPS-Rate sich matchen oder wenn eure FPS niedriger sind als eure Monitor-Refresh-Rate. Deswegen auf jeden Fall, da kann man ein bisschen rumprobieren. Ich persönlich bin da nicht so ganz entschlossen, was für Fortnets das Beste ist. Könnt ihr ja selber ausprobieren. Spielt einfach mal mit G-Sync an, mit G-Sync aus. Probiert, was da das Beste für euch ist. Drückt auf Übernehmen. Guckt dann, was sich da besser anfühlt. Da wird euch jeder was anderes sagen. Auch viele Pros. Deswegen guckt, was euch da am besten gefällt und entscheidet dann selbst. Aber wenn ihr so Spiele spielt, wo ihr gerade so 60 FPS habt oder weniger, dann ist in der Regel G-Sync eine gute Option. Aber bei so High-Motion-Games, wo man sehr viel Bewegung, sehr viel FPS hat, Valorant, Counter-Strike, da sagt man tendenziell der Off. Und bei Fortnite ist das so ein Ding, weil im Endgame das ein bisschen stressiger wird von FPS. Da kann es gegebenenfalls sogar besser sein. Müsst ihr aber selber für euch herausfinden. Ja. Wenn ich jetzt hier noch auf Next klicke und dann hier auf Install würde ich jetzt den neuen Treiber installieren. Das möchte ich aber nicht, weil da wird meine Aufnahme sich beenden. Aber ihr habt das Prinzip verstanden. Einfach auf Install klicken. Dann startet der PC sich gegebenenfalls neu. Und dann habt ihr den neuen Treiber. Gehen wir nochmals zu einer Fortnite-Einstellung. Und zwar, wenn ihr Fortnite so sucht, lokale Datenträger, Programme, Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64 und dann hier unten den Fortnite Chipping Client wieder, Rechtsklick, Eigenschaften, Kompatibilität, Vollbildoptimierung deaktivieren. Wenn ihr im Performance-Modus spielt oder auf DX11, dann gibt es keinen richtigen Vollbildmodus. Wenn ihr diesen Haken hier setzt, dann kriegt ihr wieder richtigen Vollbildmodus. Vollbildmodus, was es aber im Umkehrschluss auch heißt, wenn ihr mit Alt-Tab hin und her tappt, dann kriegt ihr für ein paar Sekunden gegebenenfalls Blackscreen. Das ist dann normal. Das ist dann diese Option. Das heißt, wenn ihr nicht wollt, beim Raustaben diesen Blackscreen zu haben, dann macht die Option nicht rein. Allerdings ist es ein aktiver Vollbildmodus. Der sollte eigentlich sich besser anfühlen beim Spielen. Aber wie gesagt, testet es aus. Da gibt es auch einige auseinandergehende Meinungen. So, dann gibt es eigentlich jetzt noch die wichtigste Sache, was FPS angeht, nach meiner Meinung. Weil das hilft in jedem Spiel. Und zwar, wenn ihr hier schaut im Task Manager bei Leistung und ihr seht hier die Geschwindigkeit von einem Arbeitsspeicher. Erstmal, wenn ihr nur einen Arbeitsspeicherriegel habt, eure Performance ist schlechter als von jemandem, der gleiche Menge an Arbeitsspeicher hat. Zum Beispiel 2x8 ist besser als 1x16. Das heißt, wenn ihr den gleichen PC habt, mit 2x8 GB und 1x16 GB, der mit 2x8 hat in der Regel mehr FPS und konstanter FPS und hat auch ein flüssiges Spielerlebnis. Und dann gibt es hier das Problem, dass einige nicht 3.000 oder 3.200 oder 3.600 MHz hier stehen haben, sondern 2.133 oder 2.677, 2.400. Da sollte man dann nochmal mit einem anderen Programm nachgucken, ob da alles soweit passt. Und zwar heißt das Programm CPU-Z. Das geht für alles. Für AMD und Intel CPUs geht ihr hier auf cpuid.com. Geht dann hier bei MSI Gaming auf die Setup-Variante. Los, die Werbung, Download. Dann installiert ihr das. Ja, Accept, Next, 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 Install. Wenn ihr hier bei zu schnell auf Finish klickt, dann kommt ihr dieses Fenster. Das könnt ihr einfach zumachen, ganz normal. Auch zu. Und dann gebt ihr ein, hier, cpu-z, beziehungsweise ich habe den Hack nicht rausgemacht. Das hat auch ein Desktop-Icon erstellt hier. Kann man auch gucken. Hier. Und zwar seht man dann hier die CPU, in meinem Fall ein 8700K von Intel, mit einem Z370, Mainboard. Hier seht ihr eure BIOS-Version. Und hier sieht man dann die Speichergeschwindigkeit. Ich habe 32 GB im Dual-Channel-Modus. Das heißt, man kann die DRAM-Frequency hier oben, 1607, das ist immer ungefähr, das ist immer so plus, minus ein bisschen. 2600 mal 2, das sind 3200. Und das ist auch genau mein XMP-Profil hier, Slot 2 und 4. Das sind genau 3200 MHz, also genau das sozusagen, was der XMP von diesem Speicher ist. Man kann auch noch übertakten, aber das ist mal für ein anderes Video dran. Da muss ich mich auch noch ein bisschen mehr einlesen, weil allgemein Tipps dazu geben, ist ein bisschen schwierig. Generell, so ein Tipp, den ich noch geben kann, wenn ihr zweimal 16 GB habt und hier habt ihr bei Ranks Dual-Ranks stehen, das ist besser als Single-Rank. Das ist nochmal ein kleiner Performance-Boost. Nur, ja, falls ihr euch wundert, warum zum Beispiel euer Kumpel, der genau das Gleiche hat, kann so genau der gleiche Speicher heißen, kann sogar die komplette Bezeichnung, kann alles gleich sein. Und wenn bei euch Dual steht, und bei ihm Single, habt ihr mit Dual ein bisschen bessere Performance. Liegt da für eine tolle Sache. Kann ich mal in einem anderen Video genauer drauf eingehen. Noch ein Tipp hier, wenn ihr hier vier Slots habt auf einem Mainboard und euer RAM steckt nicht in Slot 2 und 4, dann ist es höchstwahrscheinlich falsch. Es gibt eine Ausnahme des AMD B450 Aorus Pro. Da kann man auch Slot 1 und 3 nehmen oder 2 und 4. Aber in der Regel ist es bei 99% aller Mainboards so, dass man auf Slot 2 und 4 die Speicherregel packen sollte. Deswegen guckt auf jeden Fall, dass ihr... ins Handbuch von eurem Mainboard guckt. Also ihr guckt ja, was für ein Mainboard habt ihr. Gebt das einfach bei Google ein und dann geht ihr auf die Mainboard Hersteller Website. Bei Support könnt ihr dann im Handbuch nachgucken und könnt gucken, ob euer RAM in der richtigen Stelle steckt, weil das kann auch zu Problemen führen. Gerade wenn ihr es nicht hochtakten lässt. Jetzt erkläre ich euch noch, wie ihr den RAM hochtaktet. Also hier sieht man diese JDAC Profile. Bei mir sind es hier 1333 MHz. Das heißt, wenn ich hier das XMP Profil vom RAM nicht aktiviere, dann läuft der auf 2666 MHz. Das kann man ändern, indem man ins BIOS geht. Das geht unter Windows einfach, indem man hier auf Nachupdates suchen geht. Dann geht ihr hier auf Wiederherstellen und dann auf Erweiterter Start. Da drückt ihr auf Jetzt neu starten. Dann öffnet sich ein Menü mit Fortsetzen, Problembehandlung, noch eine Option. Da geht ihr auf Problembehandlung. Dann geht ihr auf Erweiterte Einstellungen und dann ist rechts in der Mitte UEFI Firmware Einstellungen. Darauf drückt ihr, drückt auf Neu starten und dann solltet ihr ins BIOS kommen. Da könnt ihr dann das XMP Profil aktivieren. Das ist bei jedem BIOS leider ein bisschen unterschiedlich. Wenn ihr ein ASUS BIOS habt, dann ist hier links auf der Seite bei AMD Mainboards zum Beispiel DOCP. Da steht dann Disabled. Da müsst ihr es einfach nur auf Profile 1 setzen. Dann seht ihr auch, dass dann da 3000 CL15 und dann diese Zahlen da stehen. Dann passt das. Bei MSI Mainboards ist das hier oben, dass dann XMP Profil 1 oder 2 steht. Da müsst ihr dann gucken, ob ihr dann sehen könnt, was das für eins ist. Manche haben nämlich zwei. Die haben dann ein 3000 MHz und ein 3200 MHz Profil oder ein 3000 und ein 2800. Es gibt dann halt verschiedene Einstellungen. Müsst ihr halt gucken, dass ihr da das Richtige erwischt. Und ja, gegebenenfalls habt ihr auch von MSI ein günstiges Mainboard. Dann haben die hier oben eine breitere Leiste und dann gibt es hier den Punkt Overclocking. Da klippt ihr drauf und dann könnt ihr da gucken, dass ihr das Extreme Memory Profile, AXMP Profil Memory Profile seht. Das ist das Disabled und unten drunter sieht ihr halt diese Speicherprofile und da wählt ihr dann euer entsprechendes Profil aus. Das bringt in der Regel am meisten Leistungen und das ist auch sozusagen der beste Tipp. Und sollte bei euch unbedingt aktiviert sein. Wenn ihr es nicht hinbekommt, kommt auf meinen Discord. Wir gehen Call, wir gehen das zusammen durch und dann kann man das auf jeden Fall fixen. Das geht sehr, sehr schnell. Ich mache auch bald noch ein Video dazu, wo man wirklich für jedes BIOS ein Guide bekommt, wo man dann gucken kann, wo man das XMP Profil enabled. Ich muss halt mal gucken, dass ich irgendwie alle Mainboards zusammenbekomme. Und ja, dann seid ihr von der Stelle auch safe. Und dann noch ein letzter Tipp, der ziemlich underrated ist. Nach Updates suchen einfach mal eingeben und gucken, ob es Windows-Updates gibt für euch. Und zwar nicht nur die hier oben, sondern auch die optionalen Updates. Geht hier ruhig auf Treiber-Updates, ladet die alle ruhig herunter, tut nicht weh, schaden tut es in der Regel auch nicht. Das kann echt helfen. Und wenn ihr nicht auf Windows 20 H2 seid, also der aktuellsten Windows-Version hier, sondern auf 1909 oder einer älteren Version, dann wird hier bei den Updates noch eine Sache angezeigt, die gerne übersehen wird. Und zwar, wenn ihr hier schaut, über diese Update-Pause, dann ist hier so ein Strich und noch ein Strich und dann steht hier Funktions-Update Windows 20 H2. Da kann man herunterladen und installieren drücken. Das macht ihr. Dann kommt ihr auf die neueste Windows-Version und es gibt ganz viele, die haben auf den alten Versionen Probleme, updaten auf die neue, haben keine Probleme mehr. Deswegen guckt, dass ihr euer Windows da an der Stelle aktuell haltet, dann habt ihr auch von der Hinsicht keine Probleme mehr. Nachdem ihr auf 20 H2 geupdatet seid, kommen immer wieder optionale Updates. Hier macht ihr immer wieder, immer wieder neu starten, immer wieder neu starten. Also müsst ihr zwei, dreimal machen und dann habt ihr alle Updates drauf und dann sollte euer System auch laufen und keine Probleme mehr machen. Das war es auch schon eigentlich mit allen Tipps, die ich euch geben kann. Falls ihr noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder Sachen habt, die ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, sagt mir Bescheid, dann können wir gerne auf dem Discord noch darüber sprechen. Eine Sache fällt mir noch ein, das ich auch ganz selten gesehen habe, aber das ist wirklich ein Prozent der Fälle so, dass man hier rechtsklickt, Anzeigeeinstellung, dass man hier einfach den Monitor nicht angepasst hat auf die entsprechende Hertzzahl. Das heißt, wenn ihr mehr als 60 Hertz habt und es ist nicht eingestellt, ist das sehr, sehr ärgerlich. Deswegen guckt, dass ihr dann hier auf erweiterte Anstellung geht und guckt, dass eure Anzeige, hier könnt ihr auch zwischen verschiedenen Monitoren auswählen, dass die auf 60 Hertz nicht mehr eingestellt sind, sondern halt auf die 240 Hertz eingestellt sind. Das ist nämlich dann nochmal ein deutlich flüssiges Spielerlebnis. Das werdet ihr auch merken, wenn ihr dann eure Maus nach links und rechts bewegt, dass ihr dann auf einmal viel mehr Mäuse seht, wenn ihr die hin und her bewegt. Bei 60 Hertz, könnt ihr ja selber mal runterstellen, auf 50 Hertz oder sowas, wenn ihr es hin und her bewegt, dann seht ihr, man sieht viel weniger Mäuse. Es fühlt sich auch in Games deutlich unflüssiger an. Das ist auch eine Sache, die ab und zu mal vergessen wird. Denkt einfach dran und auch wenn ihr einen zweiten Monitor habt, der auf 75 Hertz geht zum Beispiel, stellt den auch auf 75 Hertz, ist nochmal ein bisschen flüssiger als 60 Grad, wenn ihr irgendwie Internetseiten habt, ihr scrollt da runter, das fühlt sich auch mit dem Handy sehr flüssiger an, also macht es einfach. Außer ihr seid sehr, sehr anfällig für Motion Sickness, dann stellt den auch auf 60 Hertz und dann kriegt ihr das Problem nicht, dass ihr da, ja, sich da schlecht wird. Ansonsten war es das eigentlich mit allen Sachen, die ich euch mitgeben wollte und ja, wie gesagt, bei Fragen kommt auf meinen Discord, schreibt mir einfach, schreibt mir auf Twitter, da kommen jetzt bald immer mehr Videos zu solchen Technik Guides, würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen und wir sehen uns, haut rein!